und dann dann noch darüber schimpfen also das beste das lied passt jetzt kann überhaupt nicht so meine stimmung aber ich lasse es einfach mal laufen vielleicht komme ich dann wieder auf ruhigere gedanken außer nicht mehr nur daran dass halt alles immer mehr so viel schief läuft in der welt das ist traurig das kann einen so unendlich traurig machen und an solchen sachen zerbrechen halt auch viele leute die sich damit ernsthaft beschäftigen und verzeifelt nach einer lösung finden die ganz viele wichtige gedichte und denke die werden doch von solchen gedanken depressiv oder auch das ist ein sehr gutes zitat von meiner religionslehrerin die mich in oberstufe begleitet hat eine sensationelle frau vor der mal vor der ich wirklich immer noch tiefsten respekt habe jeder hat ihn davon abgesehen aber nicht jeder hat wirklich auch den mut zum beispiel wie sie eine enorm erfolgreiche karriere im marketing weltweit bedeutender konzerne diesen job an den nagel zu hängen um seinem traum beruf lehrer nachzugehen dadurch gehaltseinbußen von zwei also von ja von 75 prozent in kauf zu nehmen teilweise einfach nur um seinen traum zu leben das das verdient einfach respekt und diese frau die sprudelte einfach nur vor weisheit und das ist etwas das mich auch passiert und diese frau auch ein zitat von sich gegeben als religionslehrerin das dazu muss man erst mal ich sag erstmal die eier haben das sozusagen aber wenn man auf die frage eine schülerin wenn es gott gibt und er das ganze leid auf der welt sieht da muss er doch depressionen haben wenn man dann noch als religionslehrer die eier dazu hat um zu sagen hat er auch dann merkt man wirklich dass wirklich einiges auf dieser welt schief läuft und das halt auch viele dichter und denker die die eigentlich unter normalen umständen so viele lösungen für alle probleme des lebens haben sie wahrscheinlich auch in dieser situation wie sie aktuell da ist komplett ratlos werden jeder misstraut jedem spioniert dem aus vertrauen ist etwas das existiert im moment hier förmlich gar nicht mehr das waren noch zeiten als man wirklich gesagt hat wir vertrauen einander unter guten freunden spioniert man sich nicht aus ja ist klar gute freunde helfen ja auch einander und spionieren dafür andere aus die uns wiederum wie gute freunde gehalten haben diese doppelmoral auch die in der gesellschaft verbittert rumliegt und auch diese berühmten aber setzte ich habe nichts gegen dies und das aber es macht auch die welt kaputt selbst das will ja niemand zugeben das leben hat auch eigentlich so viele so viel schönes aber wir schaffen es mit unserem täglichen treiben quasi das schöne mehr oder weniger restlos in vergessenheit zu treiben bzw sogar zu vernichten dass man es einfach mit so leichten dingen schon schaffen kann das ist doch eigentlich schockiert ich plan hier übrigens gerade ein haus nebenbei neben dieser ganzen tiefgründigkeit sollte das vielleicht auch mal erwähnt werden dass ich ein kleines häuschen baue das ist halt einfach auch teilweise wirklich nur noch frustrieren was in der welt passiert da kommt die tür hin da will ich die tür haben und jemand der sich auch etwas traut zu verändern und was das traurige ist jetzt wo ich das sage fällt mir nicht einer ein der das sich überhaupt schon mal getraut hat einfach mal das maul aufzumachen um die welt ein stückchen besser zu machen wer war der letzte dem man das vielleicht bei dem er sagen könnte er hat es gemacht ich weiß nicht wenn euch einer einfällt können das ja in die kommentare schreiben aber mir fällt keiner ein und ich glaube das ist eine sache in dem ich was noch trauriger macht davon mal abgesehen dass ich nicht mehr genug steine für eine steinspitze aber warte ich habe ja noch eine steinspitze und ich habe hier steingenerator es sollte von einem schon immer genug haben okay das ist jetzt cool dass das so schnell geht ich weiß gar nicht mehr wo ich war letztendlich tatsächlich es ist fast schon wieder etwas traurig mehr wir brauchen wieder einen der die gute ideen hat die welt zu verbessern und das sagte ich jetzt leicht aber was ist das denn ich weiß nicht mal erstens ich weiß keinem dem ich so etwas zutrauen würde dass er das schafft keine politiker keine prominenten keinen menschen mit reichweite ich traue es keinem zu wirklich nicht das ist wahrscheinlich die sache die mich noch trauriger macht als die tatsache dass es auf das auf der welt so viel schief läuft und klar daran muss man was ändern nur die frage ist was willst du ändern schaffst du nicht die wolken regen ich auch schon wieder so richtig auf wenn ich ehrlich bin ich habe mir das zucker auch gerade abgehandelt oder nicht ich habe es nicht abgehandelt dann machen wir das bücher 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 und ich habe ja schon mal mehr und ich glaube auch ja ich habe nicht unbedingt unrechtungen zu sagen dass es unnötig kompliziert ist wenn jeder der schon mal wirklich probiert hat als selbstversorger zu nehmen wird gemerkt haben eigentlich ist es gar nicht so schwer man braucht halt die nötige zeit und das nötige wissen und in zeiten wir heutigen wahrscheinlich in gewächshaus aber sonst was brauchen wir denn zum selbstversorgen aber auch nicht immer braucht fläche für landwirtschaft das ist klar aber was brauchen wir sonst noch außer das wissen was man wann und wo und auf welchem boden anbaut eigentlich nur zeit und mut sich komplett auf eigene beine stellen zu wollen erfordert wirklich mut ich glaube den mut haben sie haben viele menschen nicht das ist auch wieder etwas traurig eine welt aus selbstversorgern wenn sich das wenn sich das durchsetzen würde bräuchte man ja dann wäre die zivilisation wahrscheinlich im eimer kann man nicht sagen das internet würde auch nicht funktionieren weil wer wartet denn die ganze technik aber so normale leute selbstversorger es hat was wenn auch nur auf zeit ich glaube ich würde ungern mein leben allein mein leben lang selbstversorger bleiben aber auch aus dem grund einmal drüber nachdenkt man kann nicht mehr verreisen weil man als aktiver selbstversorger wozu bräuchte man da ein auto verreisen eigentlich nicht müsste ich zumindest nicht als selbstversorger muss man nämlich nicht verreisen also man kann nicht also man muss erstens nicht verreisen man braucht kein auto weil man hat ja alles direkt bei sich man muss ja nicht zum einkaufen fahren aber kein auto hat übrigen sich auch die fahrten zu tankstellen oder zu einer werkstatt das schon mal und wo verreisen weit weg fahren kann man ja eh nicht wer kümmert sich dann um den laden zu hause also dem man hat ja wo er hat was soll wenn das geld für eine reise nehmen einfach ein paar tage weg verwandte besuchen aber wirklich so reisen im sinne von den urlaub fahren würde nicht funktionieren und ich glaube da wird es bei mir schon scheitern denn ich fahre unglaublich gerne wohin meine freunde sind sehr weit weg da weiß ich mein wien zum beispiel ja wo das jebe wohnt ist ja schon weit weg und wenn ich selbstversorger wäre könnte ich da nicht hin was ich würde da wohnen dann würde ich hier meine ganzen kontakte quasi verlieren das will ich auch nicht und warum scheitert das schon mal andererseits muss man sagen ich hätte den sebi zum beispiel wenn ich selbstversorger wäre nie kennengelernt vielen auch das sind so gedankenspiele wo man eigentlich weiß in der realität wird das nie funktionieren wenn er selbstversorger wäre wenn er selbstversorger wäre wenn er nie so wirklich kontakt aufgekommen das geht wahrscheinlich vielen dann so deswegen ist es solche geht es sind so gedankenspiele wo man eigentlich weiß in der realität wird das nie funktionieren zumindest nicht flächendeckend aber in solchen spielen in solchen aufbauspiel machst du ja präsentiert nichts anderes außer sich konsequent selbst zu versorgen in der kraft zum beispiel also du spielst auf friedlich wo du nicht essen musst aber ansonsten bist du der selbstversorger hier in dem spiel so ich bin jetzt wieder hier unten in der im tunnel weil ich steine brauche ich bin mit dem jetzigen material was wir in meinem letzten tunnelbau gewonnen haben bin ich ja doch ordentlich weit gekommen eigentlich wenn man mal drüber nachdenkt wir haben einiges geschafft an der burg ja man wird etwas sentimental beim spielen irgendwie warum weiß ich gar nicht ich kenne keinen offensichtlichen grund aber eigentlich muss ja nicht immer alles im grund haben ich weiß es nicht ich weiß so vieles nicht das macht dann einerseits traurig aber andererseits ist man ich glaube ich bin glücklich nicht alles zu wissen wenn man alles weiß die ganzen negativen sachen die man da wissen könnte das wäre glaube ich für viele nichts und auch für mich nicht ich glaube dann könnte ich nicht glücklich werden das wäre glaube ich nicht möglich da vorne ist eine höhle so wie das aussieht eine höhle wäre jetzt ganz lustig eigentlich das ist ein schöner trauersee aber das ist dann das ist tatsächlich eine höhle die wird vermutlich auch irgendwie das heißt vermutlich wir sind ja der alpha kann sein muss aber nicht dass die event sogar mit der einen höhle zusammenhängt die da wo er noch ein diamant drin ist die ich mir da beim abstieg markiert habe aber sonst naja ich weiß nicht mehr worüber ich reden kann ohne entweder wieder vorgekautes zu labern oder zu sentimental zu werden ich brauche jetzt eine fröhliche musik wir könnten auch einfach mal über essen reden wobei ich mich wie ich mich kenne ich dann wieder auf die wüstesten theorien zum thema ernährung und weltverbesserung in einem darauf habe ich jetzt auch keine lust kann wirklich alles thema auf weltverbesserung runterrechnen berechnen wenn nur weit genug geht um und die ihn